hallo und herzlich willkommen zu final fantasy 7 rebirth mit mir die f ich habe ja vor vier jahren als final fantasy 7 remake raus kam es gespielt und ich dachte mir wieso nicht ach du hast ja eh grad nichts besseres ich hab die ganze zeit darauf gewartet rebirth zu spielen im wahrsten sinn des wortes nicht nur all die jahre sondern auch heute ich habe hier schon ein paar einstellungen gemacht bevor wir angefangen haben also bevor anfangen ich hoffe es ist nicht so laut und nicht so leise mal gucken ja mal gucken heute also beziehungsweise gestern am 28 2 2024 habe ich ganz zeit gewartet dass es mitternacht wird damit ich dieses spiel spielen kann das problem ist bin hunde müde es war ein langer tag ich bin ziemlich früh aufgestanden und ich wusste nicht ich wollte eigentlich ein bisschen länger pennen und ich wusste nicht was das heute für ein tag wird und ich habe schon drei über drei stunden chrono trigger aufgenommen weil deshalb weil ich kann ja schon mal vorweg nehmen kuno trigger ist fertig aufgenommen jetzt und ich habe immer vor mir her geschoben die letzte paar tage ist zu ende zu spielen und ich dachte bevor hiermit anfangen mach schon cool trigger zu ende ich bin so fertig mit der welt ich bin so müde ich wollte aber unbedingt 547 rebirth anfangen damit heute auch die erste folge kommt ich werde auch wahrscheinlich erst mal hier nicht mehr so lange labern aber ich werde höchstwahrscheinlich nur die erste folge aufnehmen da die heute noch online gehen soll und zweitens ich wahrscheinlich gar nicht mehr seine folge aufnehmen kann weil ich dann weg penne aber ich muss die schneiden rändern und hochladen und alles machen machen für die aktuelle folge für heute dann werde ich wahrscheinlich diesen abend mehr aufnehmen oder mich packt so sehr dass ich nach dem schneiden rennen direkt bock habe auf mehr ich will nicht so viele haben aber ich wollte doch sagen warum es im gegensatz zu dem was ich gesagt habe in manchen let's plays warum es kein let's play zudem zu der demo gab das lag einfach daran dass ich gehört habe dass in der demo auch wenn sie den anfang mehr oder weniger beinhaltet dass einige sachen nicht in der demo sind und die wollte ich das wollte ich nicht ich wusste nicht die demo die hat die kann man übernehmen weil ich weiß nicht ob die sachen die vor der demo sind die nicht also in dem final also hier in dem spiel sind aber dann in der demo selber nicht ob die wenn man die demo dann übernimmt ob die dann einfach nicht gezeigt werden oder gezeigt werden und dann geht es aber weiter nach der demo ich weiß nicht deswegen habe ich darauf geschickt und die dem und nicht gespielt das wollte ich nur mal kurz erklärt haben grafikeinstellungen sind auf grafik und nicht auf leistung weil ich liebe 60 fps aber ich liebe auch 4k und wenn das spiel mich nicht spielbar ist auf 4 also in 30 fps es war sehr stabil auf 30 fps laufen aber trotzdem wenn es nicht geht dann ich mehr auf 60 fps stellen ich hoffe nur die grafik ist dann ich kotze ich möchte der daten für bonus gegenstände überprüfen schreit eine überprüfung okay ich kriege leviathan für gesprächte davon kriege ich ramu ok ich kann nicht später erhalten ich will das erstmal nicht denn ich überspringe die kamera steuerung standard einstellen zum lautsprecher des wireless controller ja den controller die lautsprecher habe ich ausgestellt deswegen hörst du ja nix wenn ich auf jahr gehe bestimmt nicht soundeffekte über den lautsprecher des controllers und effekte des spiels werden über den lautsprecher des controllers abgespielt wieso ist das die die mucke immer noch so mega laut ich muss was dagegen anbrüllen weil dann aussprechen ist weil es betrifft werden kann es noch effekte abgespielt wieder schwierig dass gerade für die kämpfe in der demo konnte man ich habe die demo kurz mal angespielt um zu gucken ob da das drin ist was da nicht drin ist und es war nicht da drin ist aber so weit ich weiß gab es dann dynamisch nicht aktiv so sechs minuten und nichts geschehen ich glaube ich mache die folge länger ein bisschen damit da nicht nur klar war von mir da am anfang ist ich meine da ist dann aber von mir das ist ziemlich gut das ende dem ersten teil und remake das übrigens neue spoiler ist mir scheißegal wenn du wirklich gespielt hast so dass die kurz so ein bisschen selber schulder eilig klar wie mehr geht es kein remake spoiler ende aber ich will das volle ausmaß der zerstörung gebäude liegen in schutt und asche und teile der straße sind eingestürzt aus den trümmern steigt rauch auf es ist als würde man vor riesigen scheiterhaufen stehen mit gar sieht sich einer bisher beispiellosen bedrohung ausgesetzt die reaktorexplosion der einsturz der der einsturz der katte von sektor 7 und jetzt ein plötzlicher wirbelsturm über der schnellstraße der von sektor 0 bis sektor 2 große schäden hinterlassen hat wie der bürgermeister und die stadtverwaltung in übereinstimmung mit china erklärten geht auch diese zerstörung auf das konto von everland ja nicht klar um eine neuartige kriegsführung durch wetter manipulation in den anschlag verwickelt sein man setze die ermittlungen fort übrigens die sequenz gibt es gab sich in der demo deswegen es ein net china news network was ist das ja diese sequenz gab es halt mich in der demo deswegen und ich wollte sie haben die sequenz deswegen das ist ja als die wohnung die dämonisch gespielt hat das ist das schildere hauptgebäude das alles nach dem kampf gegen sephiroth am ende von remake was ich noch sagen wollte ich werde ganze zeit von remake wahrscheinlich reden irgendwie was da passiert ist oder sonst was deswegen wenn ihr remake nicht gespielt oder geschaut hat wieso ruckelt das teilweise euer problem ist mir egal ich will da nur eine warnung aussprechen das second cloud übrigens ich werde auch sehr viel über die wahrscheinlich über die kompilation von final fantasy 7 sagen deswegen würde ich eigentlich das ist eine angel fehler oder ist das einfach oder ist das einfach eine vogelfeder gewesen das fremd schon gut an wenn sie sieben wie börsen wir haben ja nur vier jahre drauf gewartet auf diesen teil dieser trilogie die reaktorexplosion der einsturz der der einsturz der platte von sektor sieben dieser sturm hat hier eine katschöne verwüstung angerichtet da war doch bestimmt der wind dran schuld die katastrophen reißen einfach nicht ab was angehörige von shinras gade untersuchen weiterhin die eingestürzte schnellstraße ein verdächtiger scheint geschlossen ein ex-soldat er trägt ein panzerschwert womöglich lebt er noch wiederhole potenziell flüchtiger ex-soldat mit einem scherz offenbar wurden überlebende überlebende ist schnell was anderes was zielperson zielperson wieso sind die da gewesen ohne dass cloud da war zielperson zielperson meine fresse zielperson mal kurz auf den auf wird nicht lang dauern und keine sorge bloß eine marco vergiftung zielperson 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 ein bisschen aber es gibt ja schon nicht was ist denn was hast du den kennt man das ist der ich weiß nicht mehr wie der weiß das ist der roter der in der verfolgungsjagd gegen einen kämpft die sind ganz schön langsam reden das alles wird sie nicht an seht ein panzerschwert hat es war schwer ich bin da kommt doch unter sich macht euch fertig wieso will er die stange haben das kann ich sagen also schon mehr oder weniger in dieser ja es gibt timelines das ist das war eine fan theorie aber ich glaube das ist ziemlich wahr das so ein bisschen das ist auch nicht vom spiel oder jetzt ihr gut er hat einfach klaut im schicht gelassen ich hoffe du willst das tiefer besser ist wahrscheinlich ich hoffe ich die z grad dann sind wir geliefert der mann nicht rum sucht sie sind die dumm lauf einfach dran vorbei es regnet wie in dem ende von ja was ist hier los wieso ist er bis bei denen gewesen ich bin zurück du lebst hoffentlich noch ich habe vor allem die sieben gespielt das ist das spoiler für alle die keine ahnung von nix habe die wenn man nix von final fantasy 7 kennt ja komisch scheinen oder vielleicht sachen vorweg nehmen die ist doch nicht tot oder was genau hast du mit dem eigentlich am hut tiefer ist das okay für dich jetzt kommt das was in der demo war ja ich denke schon erzähl ruhig alles nie in ibelheim vor fünf jahren ich war damals 16 jahre alt bei soldat hatten wir kaum was zu tun und wenn dann nur sachen die mich nicht wirklich interessieren das ist voll wie gehört nach den ganzen sekt folgt das hier zu sehen kapitel 1 der fall eines helden jetzt fängt er erst das spiel an eher weniger wieso stoppt das manchmal laut obs läuft das alles super ist alles klar vielleicht ist das auch nur in der vorschau so sieht aber nicht so aus also mir wird ja beim fahren glücklicherweise nie schlecht und in der aufnahme ist dann später alles perfekt klar doch klar doch ich weiß nicht ob ich die stimme ein bisschen unterstellen soll weil die sind teilweise laut als ich laut ruhig blut was wir für uns gar nicht so leicht kinder wofür schickt man uns eigentlich diesmal raus ich mache die stimme von ihm das wäre echt hart weil sonst tut er immer so cool und ruhig und jetzt ich konnte noch gar nicht zeigen was ich drauf habe dabei will ich doch ein held werden so wie du aha ich glaube ich will ein held werden wir werden den alten makroreaktor untersuchen also leider eher so ein Turksquatsch ach was sollt besser als däumchen drehen wo geht's hin nach nibelheim das ist ja meine heimat ungeheuer versperren den weg ich will mich entschuldigen dafür dass ich so viel rede geredet habe während die reden ich habe nichts dagegen inzwischen sequenzen zu reden aber über die leute zu labern mag ich nicht das war ein drache im original und mich die zwei übernimmt er hier wird in der dämon kann man sich was zu spielen deswegen bin ich ein bisschen verwirrt ich weiß nicht warum man in der demo sephiros spielen konnte und den sind hier nicht warte im wagen nichts mehr geht schon das stimmt ja ich habe die demo bis hierhin gespielt ich hatte die ersten konnte man auch bekämpfen übrigens dieser sprung muss das sein haltbar gar nicht für alle so nebenbei ich werde weiterhin sephiros sagen so wie die das hier auch machen im Deutschen. Das ist die japanische Aussprache von Zephytos. Wir sind übrigens in Kalm. Für alle, die keine Ahnung haben. Ich glaube, das stand da sogar. Und der Trupp, den uns schickt, waren wir. Niebelheim. Am. Ich muss noch mal sagen, wie schön das Spiel einfach aussieht. Die Ruckler gehen mir auf den Keks. Aber ich weiß nicht, ob das in der Aufnahme dann ist, weil... fühlt es sich an? Nach all den Jahren wieder zu Hause. Als jemand ohne Heimat ist mir das fremd. Und... deine Eltern? Meine Mutter hieß Genova. Sie starb kurz nach meiner Geburt. Mein Vater... Genova? Wie das Ding im Schindra-Gebäude? Dass die da das einwerfen. So komme ich noch. Und dann so grisselig alles wird. Finde ich schön. Weil das war im Original eh nicht. Wie große Augen klaut hat. Wozu erzähle ich das? Kommt. Weiter. Oh. Er sieht echt ein bisschen jünger aus. Herzlich willkommen. Ich bin der Bürgermeister Xander. Welch eine große Ehre, dass man gleich den Helden Sephiroth geschickt hat. Nun dann, wenn ich bitten dürfte... Bis zum Abend bist du freigestellt. Ich finde es schön, dass man immer auch eine gewisse andere Person sieht, wenn mit Cloud interagiert wird. Ich sag nicht wieso, aber... Mit Bla öffnet sich das Hauptmenü. Dort kannst du den Status deiner Charakter oder dein Inventar überprüfen. Deine Ausrüstung wechseln mit Materie und Waffen und das ist was ansetzen. Außerdem hast du hier die Möglichkeit im Menüpunkt Einstellung unter System viele Spieloptionen nach deinen Präferenzen zu konfigurieren. Äh, vergrößern? Okay. Hup. Im Gelände kannst du mit keine spezielle Bewegung wie Rollen oder Springen ausführen. Welche Bewegungsart die zur Verfügung steht hängt vom aktuellen Terrain der Steuerungsart und klaut das Gemütsalage ab. Klaut das Gemütsalage. Wurde springen. Ne, er wollte lieber. Ja, bitte. Äh, ich gehe mal kurz das Menü. Das sie... Das ist... Schon anders. Schuhe wie jetzt ich? Wut? Im Haupt. Und Pausemenü kannst du mit, äh, Viereck den Foto-Modus wechseln. Das Spielgeschehen wird dann eingefroren und du hast die Möglichkeit den Kamerawinkel nach Lust und Laune zu ändern. Um Farbfilter anzuwenden um den perfekten Moment zu halten. Verlauf der Handlung werden neue Filter verfügbar. Was sind das? Wenn rotz, dass sie erst im... Ding ist verfügbar werden. Einstellungen, äh, Kamera. Äh, bestimmt die Kamera von Kämpfen gehört. Der Wert, das so weiter ist, entfernt ist die Kamera. Ich mach mal drei und zwei im Kampf. Wir gucken, wie weit das entfernt ist. Was ist das für den Käse? Hat das nicht gespeichert oder ist das einfach so? Äh, Kamera. Der hat sich gespeichert. Äh, laufen. 3. Ja, es sieht auch schon besser aus. Ähm, ich wollte auch schon ein paar Sachen einstellen. Tut mir leid, dass ich so eine Sache mache. Ähm, Kontrollpunkt. Was ist denn gut? Du gehst im Kontrollpunkt Kapitel 1 Anruf in Nibelheim zurück. Die Geschichte beginnt ab diesem Punkt noch einmal, aber den Kampferfahrung bleibt erhalten. Das ist ja nett. Äh, wenn man auf sowas steht. Ähm, ich mach das gelaberte Leute einen Ticken runter und Knobblieder mache ich auch einen runter. Die Musik lasse ich erstmal auf der Lautstärke. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade Einstellungen mache. Ähm, ich glaube, das lasse ich alles. So. Ähm, wo muss ich hin? Zielbereich. Zielbereich ist hier? Ich, ich will auch nach Midgard und der Garde beitreten. Kann ich bei irgendwas helfen? Vielen Dank, dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt. Habe ich eine Karte? Karte, 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 Karte. Ich habe keine Karte? Vielleicht. Nee, jetzt hätte ich gewisse ja nicht. Das ist okay. Ich weiß, ja, ist eine Mini-Karte. Ja, aber der Zielbereich, ich verstehe den Zielbereich nicht. Ach, das hier ist der Zielbereich. Also das, wo ich gerade bin. wieso hast du eine Knarre? Das ist doch, das und nur Niebelheim. Wieso habt ihr Knarren? Warte, kann ich in die Häuser reingehen? Okay, ich gucke mich hier nur ein bisschen um. Das ist die Truhe. Geht weg, Hühnchen. Ich brauche die Truhe. Ja, bla bla. Ah ja. Ja, mit Dreiecke. Nein, ich bin mit X. Ein. Was ist das? Was ist das? Was für Items habe ich überhaupt? Äh, Gegenschände. Ich habe Verbrauchstgegenstände, Megatranken, Ethan, Phoenix Vedder. Wieso habe ich Megatränke? Ich meine, ich bin schon Level 40, aber ein imposantes Großschwert, das die Bande seiner Besitzer symbolisiert. Besitzerbande? Was da machst du? Äh, wo ist Magie? Ja, Ausdruck zur Materie. Laut. Wir haben das Passerschwert, ein Bikerreif, und nichts. Die Ausrüstung, was? Was stand da? Ich habe es weggedrückt. Materie überprüfen. Vita. Materie vom Klopp können momentan nicht geändert werden. Ja, ich kann aber mal gucken, was ich habe, außer äh, Vita. Materieüberprüfung. Ich habe erstmal heilen, also Vita, Feuer und Eis. Tut mir leid, dass ich mega langsam bin, aber das hier ist alles sehr interessant gerade. Alles, selbst die scheiß Menüs. Ja, bin ich auch. Da ist der Wasserturm. Wo wollen wir denn als erstes sehen? Was ist das für dieser Truhe? Äh, nee, ein Kreis, ne? Nee. Dieses Jahr. Und ich will andauernd X drücken, aber X ist kämpfen anscheinend. Ein Megatrank. Hier, zack. Das ist ab und zu H. Ich verstehe das nicht. Moin. Ja. Klinge Viecher Quatsen mich an. Äh, muu. Ich muss da, glaube ich, dahin. Kochschinken? Belegte Brote? Moin. Gib mir Sandwich. Oh non. Du hier? Hättest dir ruhig mal Bescheid sagen können, dass du vorbeikommst. Das ist der Geschmack der Heimat. Gib mir eins. Ja, er ist wirklich ein bisschen tun. Nom nom. Er frisst das mit der Servete. Langsam setzt er ein latentes Settingungsgefühl ein. Du hast dich wirklich gemacht, Cloud. Lass es dir ruhig noch einmal schmecken. Du stehst heute sicher zu Hause, oder? Vielleicht komme ich ja nachher mal vorbei. Ich stehe mir vor, wie... Ich stehe mir vor, wie Cloud erzählt, jetzt bist du aber wirklich papsat. Lass deine Mutter nicht zu lang warten, hörst du? Irgendwie hat er den Leuten in Kalm erzählt, also seiner Gruppe. Dann habe ich ein Sandwich nach dem anderen gefressen. Okay, äh... Gib die im Hero. Ne, ich kann nur ins... The Nittauk Hotel. Ist das... Ich will auch schon überwildet, weil das hat dann hier. Das ist Tiefers Haus. Das ist Clouds... äh... Kindheitshaus. Der alte Wasserturm. Hope Story. Drücke Dingenskirchen, also das Gamepad, und äh... hier, ähm... Touchpad, um deine aktuelle Position auf deiner Karte zu studieren und deinen Fortschritt in der Story zu überprüfen. Wollte ich eben schon, aber es ging nicht. Wieso... will er hier hoch? Wie war es? Auf dem Wasserturm? Ganz so wie immer. In den zwei Jahren in Midgar hatte sich rein gar nichts geändert. Weil die Jahre war er nur da. Wirklich? Da gehe ich glaube ich als nächstes hin, wenn ich kann. Wenn das Spiel mir nicht sagt, ich soll nach... Oh, was ist denn jetzt los? Ich soll... Oh, meint er? Wenn das Spiel mir nicht sagt, ich soll ins Hotel gehen oder so ein Käse. Der alte Wasserturm. Runter her. Kann ich irgendwie schneller runter? Wenn ja, dann habe ich nicht gefunden, wie... Naja, ich kann glaube ich laufen. Wie kann... Wie konnte man nochmal laufen? Aber es geht nun, meine ich. Keine Ahnung. So beruhigt euch doch. Äh... Es ist ein glücklicher Tag. Lass mal hier reingehen. Wie? Du warst auch bei mir zu Hause? Äh... Oh, das ist eins dieser... Was ich gehört habe... Was mit dem Charakter... Ähm... Verbindungen aufbaut mit den verschiedenen... Soll ich ja oder nein sagen? Wenn ich nein sage, gehe ich nicht rein. Wenn ich ja sage, gehe ich rein. Aber ich weiß nicht, ob Kiefer das mag, wenn ich ja sage. Äh... Ja. Ich dachte, du wärst vielleicht da. Aber keiner hier. Kiefer das Haus. Hopps, sorry. War aber keiner hier. Wir gehen mal hier hoch. Kann ich irgendwie ein bisschen schneller gehen? Was mit dem Zimmer haben wir denn hier? Geh mal kacken 30... Oh, warte mal. Ab wo kacken 30? Ich blau tiefer als Eltern. Peter. Ich geh mal kacken 30 in tieferes Zimmer rein. Und das lächelt mich doch an, der Schrank. Das ist doch wohl nicht dein Ernst, oder? Hast du wirklich in den Schrank geguckt? Ja. Hättest nicht tuschen sollen. Im... Traut? Du Schwein! Okay, dass Aerith damit mitgemacht hat, fand ich gut. Äh, im Original, also in Final Fantasy VII, kann man, ähm, tieferes Unterwäsche einkassieren. Ja. Das ist so ein... Okay. Ich weiß, dass es so ein Minispiel gibt für das Klavier, aber hey, ich bin musikalisch untalentiert. Egal in welcher Form. Und das Klavier-Minispieler sieht schon schlimm aus. Für jemanden, der sowas nicht kann, in keinster Art und Weise. Äh, deswegen mach ich das nicht. Ich, ähm... Glaub, ich hör jetzt... Ich hab so viele Menüs rumgefummelt und am Anfang rumgelabert, aber... Ich glaub, das wird jetzt lange, wenn ich in Clouds Haus gehe. Deswegen... Boah, was für ein Schwert! Darf ich's mal halten? Nee. Hier war irgendwie einer am Rumpo-Sound. Alter, was ist denn hier los? Jetzt geht schon endlich nach Hause. Ist das nicht das Hotel? Wieso... Was ist das für ein Haus? Was ist das für ein Haus? Das ist ja nicht die... Bin da, ne, oder? Weil die müsste... Äh... Sag mal topografisch oder geografisch. Die müsste ja eigentlich eher hier in die Richtung. Was ist denn hier los? Du hast da mitgeturnt? Äh... Ja, ein bisschen. Kamst du bis an die Zehen? Unsere Finger sind gerade... Du hast da mitgeturnt? Ich wollte nur die Musik hören. Gibt es wieder Sachen zum Einsammeln? Oder... Gab... Gab... Also konnte man Musik einsammeln? Ich weiß es nicht mehr. In Remake. Schon länger her. Das ist ja das Spiel. Aber also... Äh... Wenn ich jetzt speichern darf, würde ich... Äh... Hier erstmal Feierabend machen wollen. Einfach nur aus... Äh... Hier Sprecher und Laden. Ähm... Weil ich... Hunde müde bin. Äh... Wähle, wo das Spiel gespeichert werden soll. Hier auf den Ersten. Weil wo auch sonst. Ähm... Das ist die Uhrzeit, ne? Ja. Ich dachte gerade, wie... Wie eine Stunde 34 bin ich dran. Das stimmt doch gar nicht, ja. Das ist die Uhrzeit. Äh... Ja. Dann... Ich... Mich kotzt an, dass ich gerade nicht so viel gemacht habe. Aber ich bin halt wirklich... Überwältigt vorm Spiel. Nicht, weil... Jetzt ist doch mega geil. Sondern... Alles ist neu und ich will... Und... Doch vertraut. Und ich will einfach alles angucken. Selbst die Kack-Menüs. Ähm... Was sind Kafferstellungen? Ach du Heilige. Es gibt... Sind das Kombos oder was ist das? Oder sind das Shortcuts für Sachen? Oder... Guck mal... Weil er hat keine Fähigkeiten. Er hat nur... Magie. Ähm... Aber ich kann auch kein Shortcut-Menü oder sowas aufrufen. Vielleicht schon in Kämpfen. Äh... Auf jeden Fall war es das erstmal für heute. Ich... Ach du... Ach du Heilige Scheiße. Ne... So ist besser. Ne... Ohne Kack. Äh... Was ist mit dem Licht und alles? Wieso sieht Cloud so Kacke aus? Aus der Perspektive. Und die Augen so... Aufgerissen und wie tot. Okay... Das müssen wir uns nicht angucken. Ähm... Ich... Okay... Ich... Mann... Das kürzt mich gerade an, dass es so aussieht. Auf jeden Fall bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich... Es tut mir leid, dass wir hier nicht wirklich viel geschafft haben. Aber... Ich wollte... Ich habe erstes so viel gelabert am Anfang. Und zweitens habe ich dann so viel in den Menüs und in... Hier in Nibelheim so ein bisschen rumgeguckt. Ist ein bisschen doof gelaufen. Aber egal. Äh... Wie gesagt, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Sag tschüss. Bis demnächst.